Ja, ich weiß, dass ich alles zerstöre. Das ist meine Absicht. Hä? Hallo? Ist doch schon zerstört. Oder nicht? Okay, dann wo ist denn hier noch ein Baseballschläger? Die liegen hier natürlich ganz zufällig rum, die ganzen Baseballschläger. Hallo? Ist doch schon zerstört. Was willst du denn noch? Hä? Ah. So. Na, wie geht's dir? Auf jeden Fall. Sperrstunde. Oh, ist schon so spät. Oh, verdammte Scheiße. Ja, dann mal ab nach... ab zur Schule. Ich hab gar nicht mitbekommen, dass die Zeit so schnell vorbeigegangen ist. Krass. Gut, und es schneit. Oh, ist das nicht schön. Ich mag's, wenn es schneit. Das sieht so schön aus. Ja, ich geh ja schon. Ja, und was ist mit dem da links? Wollte ich schon grad sagen. Egal. So. Nochmal pennen. So. Nochmal pennen. Das müsste ich ja von oben nach unten. Arbeitslehre. Arbeitslehre. Ich hasse Arbeitslehre. Aber ich kann eine Quest machen. Schwänze ich halt Arbeitslehre. Mach ich halt eine Quest. Und schwänze eine Arbeitslehre. Ist sowieso viel besser. Obwohl. Ist hier mitten in der Schule. Ach, egal. Ich check einfach mal ab, was das so ist. Was ist das denn? Nüsse knacken. Ja, ich probiere das mal ab. Aber unser Ber이�erger, hat appendicitis. Oh, das ist so. Ich guckee es. Ich weiß, es wird eine Rhythm-free Pageende dieses Jahr geben. Nein. Ich habe das ganze Zeit planiert für Monate. Ich habe Hand-San die Kostüme. Ich habe hier gearbeitet. Ich habe hier für Tage paintingen die Backdrops auf der Stad. Ich habe auf die gute Spirits angst uns die Pflichten. Und alle die Eltern sind jetzt in der Auditorium. so what do you want me to do about it you have to get up on that stage and play you have to save the christmas pageant are you serious group participation in a public purpose no way i'm a teenage boy no what do you mean no you have to help me unless you plan on failing my course what you gotta be joking right oh come on the only boys my age who like that kind of stuff end up dancing in musicals or working for hollywood please do i look like i'm joking you want another f-boy yeah jimmy okay okay i'll do your stupid pageant you know for a hippie you're a real bully ma'am peace and love oh and there's one other thing you'll have to wear this oh now i know you're joking come on miss peters this is the kind of thing i'll have to talk to my therapist about when i'm older have a heart i'll look like a complete moron in front of the whole school well in my opinion you look like the hero who saved the christmas pageant yeah well it's not your opinion i'm worried about you'll be fine oh what the well at least he's very smart so that you don't know him so good Ja, Jimmy Okay Also normaler Musikunterricht quasi Also den Teil habe ich sogar bei Asern gesehen An dieser Stelle schön größer Hatte ich aber auch da nur im Hintergrund laufen Also man muss sich schon ein ganz kleines bisschen konzentrieren Also das heißt 29% 37% 38% Super 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 ... aber ss mir auf jeden Fall lieber als Arbeitslehre also lieber hier die ganze Zeit LT und RT drücken als Arbeitslehre Genau. Es ist zu weit, und ein neues Opus legt. Ach! Fertig. Sogar 20 Dollar Belohnungen. Nussklack-Outfit freigeschaltet. Super. Okay. Ist hier jetzt trotzdem Unterricht? Ich kann ja über den Unterricht ja in... ...mich in den Spind verstecken. Oh, Kleidung kaufen. Was hab ich denn? 375,5. Super. Kopf. Eine Käppie. Okay. Ah. Mal sehen. Irgendwelche schönen Schuhe. Turnschuhe. Billige Abendschuhe. Weiße Sneaker. Nur Turnschuhe. Ich nehme halt die billigen Abendschuhe. Ist egal. Ich nehme alles. Bis zum nächsten Mal.